Ich glaube, er kann echt nichts gegen die Musketierin machen, er kann gerade... Oh mein Gott, Musketierin, doppelte Musketierin! Hey Leute, wir sind heute wieder auf dem Free2Play-Account. In der letzten Folge hatten wir endlich die erste legendäre Karte mit dem Friedhof auf Level 13 bekommen, hatten dazu auch die Musketierin auf maximales Level bekommen und wollen in dieser Saison die 6000 Pokale schaffen. Dafür wollen wir heute endlich auf einen neuen Free2Play-Rekord pushen und das heißt die 5633 Pokale übertreffen, die wir in der letzten Saison erreicht haben und eben schon in Richtung der 6000 Trophäen angreifen. So, wir sind aktuell bei 5369, ihr seht, wir haben einige Preise. Magie-Truhe ist dabei, vielleicht kriegen wir auch legendäre Truhe, wird ein bisschen schwierig, aber zumindest Magie-Truhe, Juwelen, Gold und so weiter bekommen wir. Würde ich sagen, werde ich gespannt, ob wir es schaffen werden heute. Wir müssen... wie viel müssen wir gerade mal kurz schauen? Wir müssen ja dann ungefähr 300 Pokale höher pushen, genau. Über 300 Pokale müssen wir jetzt höher pushen, wird es noch nicht einfach werden und ich würde sagen, wie immer, euch viel Spaß mit den Highlights. Der Elektromange trifft beide, sehr gut. Barbar könnte vielleicht Schaden am Tour machen, ein bisschen, aber der Baby-Trache auch. Okay, noch ein Hit. Sehr schön, das ist Schaden. Das summiert sich natürlich perfekt. Jetzt kann ich hier in Ritter gleich springen. Und das passt. Beide Türme helfen mit? Ja. Beide Türme helfen mit. Jetzt brauche ich hier einen schnellen Tester, den ich hier reinquetsche. Und dann passt das. Zack. Okay. Der Päcker wird uns zwei hässliche Probleme machen. Schwierig. Ich kann halt vor allem im defensiven Päusen sitzen. Ich habe eigentlich mit dem Päcker nach hinten gerechnet, aber das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ja. Ich habe es so lange gebraucht. Ich wollte zwar Bahnfass vor allem schnell setzen, damit der Elektromange wegsteht, aber alles gut. Jetzt kann ich hier die Musketiere in Skelette bringen. Ich glaube, das sollte ausreichen. Wir lassen connecten und bringen die 10 und Ritter. Haut ein Päusen raus. Das ist gut für uns, glaube ich. Okay. Ja, ist schwierig. Ich mache das nicht gut. Unbedingt. Doch, es geht klar. Okay, es geht klar. Wo ist denn 10? Okay. 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 Reiche Päusen außen hier oder safe? Nicht, ich habe mich verloren. Jetzt läuft's. Wir sind jetzt endlich bei über 5600 nach fast zwei Stunden Puschen angelangt. Weiter geht's. Jetzt müssen wir dranbleiben. Da reden die laut. Das bringt mich übel raus. Okay. Ähm, wahrscheinlich Spam, ne? Oh, ja. Das ist wahrscheinlich sogar eine ziemlich hässliche Spam-Variante. Okay. Sehr, sehr aggressiv gespielt. Das Ding ist, dass er Giftzauber spielt. Oh, nee. Komm, nicht Spam Giftzauber. Hm. Das wird ganz hässlich. Alles gut, alles gut. Ich muss irgendwas machen. Ich setze deswegen einen Tester halten. Okay, gut. Deswegen. Geht er drauf? Ja, perfekt. Genau. Ja, ich dachte gerade. Ich werde da mal kurz umgeschwenkt. Das ist ein bisschen, glaube ich. So, der Tester steht noch. Perfekt. Sperrkobolik kommt. Da läuft er jetzt rein, hoffentlich. Ach so, ich bin doof. Nein, ich bin nicht doof. Okay, lucky. Okay, sehr gut. Er bringt noch Skelette drauf. Die waren vielleicht schon doof. Die waren schon doof, ja. Die waren zu spät. Und die Sperrkobolik würden uns halt Schaden machen. Ich würde sie eigentlich nicht ranlassen. Kann nichts machen, ne? Ich habe nichts. Das Skelette war ein Fehler. Ich habe jetzt gar nichts deswegen. Ja, oh mein Gott. Aber hat er jetzt was? Ich weiß es nicht. Er hat bestimmt irgendwas jetzt, oder? Oder? Level 13 Ritter kann ich natürlich auch Schaden machen. Ah, er blockt sich mit seinem eigenen Ritter. Und jetzt hat er noch ein Baby-Trochen damit gedefft. Warum ausgerechnet Spam-Poison? Es geht nicht schlimmer als Spam-Poison. Es geht nicht schlimmer. Er hat entweder Spam oder er hat Gift-Zauber. Das kann ich doch vergessen. Was für eine Farge, ey. Ich glaube, ich habe irgendwas gesucht. Ah, das bringt halt nichts. Ich versuche es halt irgendwie Schaden zu machen. Mal schauen. Recycling jetzt ganz schnell zurück zum nächsten. Ist nicht so gut für ihn. Rito. Naja, ist aber trotzdem der halbe Turm, ne? Oh, Ritter gefailt. Aber das bringt nichts, glaube ich, ne? Oder? Der Friedhof hat den halben Turm, ne? Okay. Es ist der Turm. Es ist der Turm. Okay, wir haben den Turm. Lol. Das kann ich selber waschen gerade. Wir müssen Tiefen ziehen. Wir ziehen Ritter davon. Sehr schön. Okay, das können wir noch schaffen. Aber, naja. Eher sehr optimistisch. Ich glaube, er kann gegen die Musketierin vor allem nichts machen. Habe ich das Gefühl. So, der hat sich immer ganz viele rein. Ich kann gehen. Ich glaube, er kann echt nichts gegen die Musketierin machen. Er kann gerade... Oh mein Gott, Musketierin. Doppelte Musketierin. Was ist das denn? Oh mein Gott. Alter, er muss zappen. Okay, das tut... Oh mein Gott, das ist richtig gut gerade. Okay, der Friedhof war vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. Sollen wir es so... Oh mein Gott, die Skelette kommen zu spät. Er muss mit hier und stirbt. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Es geht. Aber es war auch nicht gut. Das war so schlecht von mir an der einen Stelle gerade. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, glaube ich. Bitte. Poison kommt. Als ob wir das gewinnen. Das ist so wichtig gerade. Ja. Ja, Mann. So geil. Die Musketierin waren es. Er spielt ohne Mega-Ritter. Da können wir aus der Musketierin halt auch extrem viel Value rausholen. Wow. Als ob wir das gedreht haben noch. 5.645. Zwei Siege nur noch. Das geht ganz schnell jetzt plötzlich. Drei Siege in Folge. Die haben in den letzten sechs Spielen fünf gewonnen. Komm. Auf geht's. Jetzt können wir es halt echt schaffen. Jetzt können wir richtig angreifen. Komm. Zwei Spiele für den Rekord. Vorentscheidendes Spiel jetzt hier. Okay. Bei Barenfalls erstmal. Wenn er jetzt BAM spielt bestimmt. Ich will gar nichts erstmal. Ja gut. Bei Barenfalls kann man erstmal abwarten. Geht. Hat er Disconnect? Ne. Schade. Okay. Interessanter Schad vom Gegner. Sehr, sehr passiv. Hat auch ein bisschen gepennt eigentlich gerade. Mit dem Elektromagier eigentlich. Ah, ich habe Skelette vergessen. Oh mein Gott, nein. Was ein Start. Ne, geht klar. Okay, aber der Baby-Trocher war ein Fehler. Das war eher das Problem. Unersplitten Poison. Aber der Baby-Trocher ist ärgerlich. Felix hier. Ich war zu panisch. Ich weiß halt nie, ob es auch... Die Interaktion weiß ich nicht so genau teilweise. Weil ich halt nicht gewohnt bin, unterlevelt zu sein. Das geht klar, glaube ich. Ah, das sind 600 Schaden. Hätte ich nicht gedacht vom Charge. Aber dafür haben wir Ritter-Musketieren-Kombi jetzt offensiv zumindest. Das ist ja auch was. Musketieren? Ist dran. Was machen wir jetzt halt, ist die Frage, ne? Schwierig. Mit ein schwieriges Match. Er hat vor allem einen defensiven Gift-Zauber. Der ist das eigentliche Problem. Und dass man den Nasen nervt. Übel. Allergie-Probleme wahrscheinlich. Okay. Ich wollte erst einen Ritter davor bringen, aber es wäre ein Fehler. Der Ritter brauchen wir vor allem den Jemand-Diet hin. Oh, okay. Das war jetzt aber sehr motiviert von ihm. Wow. Tut weh, dass wir jetzt hier vom Baby drunter sterben. So, jetzt wäre natürlich der Gift-Zauber draußen, weil wir haben jetzt leider keine Chance, gerade reinzugehen. Gescheit. Was ist das bei mir ein Ritter? Na, wir können jetzt halt nicht, wir können nicht reingehen, ist so ärgerlich, wenn sie so gut reingehen können, gerade. Ich fasse es nicht. Pekka? Ja, okay. Da ist ein Retrie. Wir kriegen Schaden. Komm, ist er jetzt am Turm, oder? Nee, oder? Jetzt vielleicht. Nee. Doch, wir kriegen richtig Schaden raus, gerade. Was ist das denn? Oh mein Gott, er hat gepennt, er hat gepennt. Alles gut. Okay, er hat richtig gepennt, gerade. Holen wir den hier nach vorne, die Bandite? Genau. Der Elektromage ausschalten. Ah, der ist noch weit gestorben, Ripp. Das war gut, das ist gut, der Ritter war gut. Okay, jetzt können wir ihn kriegen. Sehr schöne Musketiere, ne? Der Ritter hat richtig Welle rausgeholt. Schlechter Poison, das soll es gewesen sein. Jetzt warten wir ab. Ja! Das war's. Ein Sieg noch. Was haben wir gerade für die Siegesserie? Wir haben zwei Stunden gepusht, und jetzt können wir es schaffen. Wenn wir noch einen Sieg brauchen, dann haben wir es geschafft. Wir haben jetzt 5675, und gerade eine Maschine. Königsriese vielleicht gibt's? Keine Ahnung, es kann alles Mögliche sein. Okay, ist Pekka, natürlich. Pekka-Pomba, natürlich. Ah ja, klar. Konnte ich es nur vergessen, dass es solche Decks gibt. Okay, wir haben ja für fünf Elixir gedreft. Okay. Also, ordentlich plus gemacht. Ohne Musketiere, dann schab. Jetzt können wir reingehen. Oh mein Gott, was ein Timing. So. Ist halt die Frage, was er noch so spielt. Ich bring den Poison lieber da drauf. Ich bring den Poison lieber auf die Pumpe, wichtig. Ist halt die Frage, ob wir noch deffen können. Ich hoffe schon. Ich hoffe. Keine Ahnung. Oh, aber war fast recht aus. Das ist Level 12. Nice. Aber war fast recht aus, um es zu töten. Und trotzdem, es hat er natürlich einen Ofen da stehen. Er weiß nicht. Ich darf die nicht ranlassen. Und Skelette zu verschwenden wäre jetzt auch ein Fehler gewesen. Ich meine... Die brauche ich... Nee, Skelette für die Elixir. Nee, nee. Die ist auch nicht gut gewesen. Wobei ist hier ein Tesla. Oh, das wird ein hartes Match werden. Das wird ein hartes Entscheidungsmatch werden. So, jetzt bringt er hier eine Pumpe. Kann er gerne machen. Oder nicht gerne, aber ich muss es halt zulassen. Jetzt können wir hier reingehen. Das kann gut werden. Das kann sehr gut werden. Vor allem, weil der Baby-Troche überlebt. Komm, hol den Turm. Baby-Troche. Jetzt. Zwei. Okay. Der Tesla steht halt komplett useless da. Aber das soll ich halt machen, ne? Aber trotzdem, es war wichtig. Jetzt kann ich hier den Wetter reinbringen. Die Barbaren ist gut. Skelette. Oh, das ist viel Schaden. Na, pass. Und jetzt kommt der entscheidende Friedhof. Bitte. Das kann der entscheidende Friedhof sein, dass der 5.000. Macht er gut. Wo ist er drauf? Haben wir es? Nee, oder? Ich glaube, wir gewinnen. Schlechter Sepp nochmal. Doch, wir haben es geschafft. Ja. Was war das denn? Wir haben eine Stunde, sind wir nicht hochgekommen. Und dann haben wir plötzlich so eine Serie rausgehauen. Und damit sind wir jetzt endlich auf dem neuen Trophäenrekord. 5.703 Pokale holen uns die 4.000 Gold ab. Damit auf jeden Fall gute Bedingungen, um nächste Woche zumindest Richtung 5.100 zu pushen. Wir haben jetzt schon einen neuen Rekord erreicht auf dem Free-to-Player-Account. Das denke ich schon ganz ordentlich. Und ja, war es eine Serie am Ende. Hier gerade nochmal zu zeigen. 2.0. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. Einfach absolut geil. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.